Eine wirklich interessante Woche für alle Freunde und Gegner der Impfpflicht, der Corona-Impfpflicht. Sah es am Anfang der Woche noch so aus, als ob wir Ende der Woche auf jeden Fall eine Impfpflicht deutschlandweit haben. Kam dann die Niederlage für die Befürworter der Impfpflicht im Bundestag. Dann hieß es sofort von Lauterbach, wir machen weiter. Also gestern früh beispielsweise hieß es noch, wir machen weiter. Wir wollen auf jeden Fall eine Impfpflicht haben. Auch wenn der Bundestag einmal nicht zugestimmt hat. Mittlerweile sagt sich Lauterbach, wir brauchen keine Impfpflicht mehr. Bekanntgegeben wird das natürlich über die Talkshows. Und jetzt haben wir allerdings die Situation, dass wir nach wie vor zwar keine allgemeine Impfpflicht, aber eine Impfpflicht einrichtungsbezogen haben. Auch diese Impfpflicht sorgt momentan dafür, so meine Informationen, dass erste Leute, erste Angestellte hier im Bereich der Pflege und Gesundheit ihr Beschäftigungsverbot erhalten haben, weil sie als Ungeimpfte nicht weiter aufgrund der Impfpflicht im Gesundheitsbereich arbeiten dürfen. Das ist ein Zustand, der darf nicht sein. Das heißt, auch diese einrichtungsbezogene Impfpflicht muss fallen, die darf nicht umgesetzt werden. Und wenn sie nicht anders fällt, dann halt so, dass die richtigen Leute dagegen klagen, gegen Beschäftigungsverbote, gegen Bußgelder und sonstiges. Diese Impfpflicht, einrichtungsbezogene Impfpflicht, darf es genauso wenig geben, meiner Meinung nach, meiner Überzeugung nach, wie diese allgemeine Impfpflicht, die diese Woche im Bundestag gescheitert ist.